Wenn du eine Stimme abmischen möchtest, stehst du beim Mixing oft vor zwei Problemen. Entweder deine Lead Vocals klingen irgendwie komisch abgekoppelt vom Rest der Band oder du bringst deinen Gesang im Mix nicht richtig nach vorne. Für das zweite Problem gebe ich dir in diesem Video eine Lösung und wir starten genau jetzt. Wir gehen gleich ins Projekt und hören mal rein. Okay, es klingt so ganz in Ordnung, aber seine Stimme, hast du vielleicht festgestellt, die klingt so ein bisschen dünn, so ein bisschen zart beseitert, wäre jetzt böse ausgedrückt, aber sie klingt ein bisschen dünn und kommt nicht so super gut durch den Mix und ich habe jetzt hier schon ein paar Sachen probiert. Ich habe schon probiert mit Delay zu arbeiten, um sie ein bisschen breiter zu bekommen. Ich habe sie doppelt komprimiert, serielle Kompressionen und ich habe versucht über Isotopes Vocal Doubler die Stimme noch ein bisschen in die Breite zu ziehen. Aber manchmal funktioniert das alles nicht und jede Stimme ist so ein bisschen individuell und jetzt möchte ich deswegen noch ein bisschen tiefer in die Trickliste greifen und die Vocals parallel bearbeiten. Und dazu lege ich mir zunächst mal einen Auxiliary Channel an, also einen Hilfskanal. Der erscheint jetzt hier und den nenne ich mal Vox Parallel, das heißt URL, aber ich weiß, was gemeint ist. Und das ist bei Logic immer ein bisschen nervig, wenn ich den jetzt neben die Hauptspur anlegen möchte, dann muss ich hier eine Spur im RNG-Fenster anlegen. Aber jetzt habe ich hier die Spur direkt daneben und der Trick an der Sache ist jetzt, dass ich versuche, diese Kopie meiner Vocals, also das ist jetzt einfach eine Kopie der Original-Lied Vocals, genau das Gleiche. Und der Trick an der Sache ist jetzt, dass wir versuchen, die Höhen extrem anzuheben und extrem zu komprimieren und sie anschließend wieder unter die normale Lead Vocal Stimme drunter zu mischen. Was ich jetzt als erstes mache, ist, ich lade mir hier einfach einen Equalizer rein und setze einen extremen Low-Cut, weil uns interessieren nur hier die Höhen. Schauen wir mal rein, wie sich das anhört. Genau. Hört sich schon ziemlich krass an, aber wir übertreiben jetzt einfach nochmal ein bisschen weiter. Und zwar nehme ich jetzt nochmal einen Equalizer. Ich nehme hier einen Vintage-EQ, weil die klingen ganz gut, von Logic selber. Und mich interessiert das alles hier auch nicht, mich interessiert nur der High-Gen. Das heißt, ich möchte die Höhen jetzt noch extremer anheben. Hört sich jetzt schon sehr, sehr krass an, aber denkt daran, die Spur hört ja nachher keiner mehr solo an, sondern wir wollen sie nur drunter mischen. Und deswegen übertreiben wir jetzt nochmal weiter. Und zwar mache ich das hier mit meiner Geheimwaffe. Und das ist der Vintage Oral Exciter von Waves. Was dieses Plug-in macht, ist, dass es dem Signal im Oberton-Spektrum Frequenzen hinzufügt, die das Originalsignal so gar nicht hat. Und so kann man sehr viel Luftigkeit oder zu Englisch Air in Vocals mischen oder gerade auch bei Pianos kommt das immer sehr gut. Und ich drehe das jetzt einfach anteilig nochmal ordentlich mit rein. Ist jetzt schon schwierig zu ertragen, aber was machen wir nicht alles für geile Lead-Vocals. Ganz zum Schluss komprimiere ich das Signal jetzt hier nochmal ordentlich. Einfach, um die ganze Sache noch nochmal aggressiver zu bekommen hier. Mache ich jetzt gar nicht lang rum. Ist jetzt wirklich noch kaum mehr zu ertragen. Aber wie gesagt, das hört ja sich kein Mensch solo an. Und jetzt probieren wir erstmal Folgendes. Ich probiere jetzt diese Stimme hier langsam. Also diese gedoppelte, extrem bearbeitete Spur mische ich jetzt zunächst mal im Solo-Modus unter die normalen Lead-Vocals. Das hört sich jetzt solo insgesamt. Die Lead-Vocals hört sich jetzt auch noch zu aggressiv an. Aber denk immer dran, solo hört sich kein Mensch später mehr deine Lead-Vocals an. Und deswegen machen wir es jetzt mal im Mix. Ich drehe das nochmal runter. Und lasse es nochmal ablaufen jetzt. Und dann achte nochmal genau drauf, was passiert, wenn ich diese heftig bearbeitete Kopie der Lead-Vocals jetzt hier mit dazu reinfahre. Und du hörst, dass ich so diese Stimme, dass ich diese Stimme so im Refrain jetzt gerade, wo viele verzerrte Gitarren sind und so, dass sich die Stimme da wesentlich besser durchsetzt. Wichtig ist nur, dass du ein bisschen Contenance warst. Das heißt, dass du nicht so extrem diese bearbeiteten Vocals hier mit reinfährst. Und das Gute an diesem Trick ist, er funktioniert genreübergreifend. Das heißt, du kannst damit Metal-Vocals bearbeiten, die nicht gut gegen Distortion-Gitarren ankommen. Du kannst vielleicht weibliche Vocals in einem EDM-Track bearbeiten, die gegen heftig pumpende Synthesizer ankommen müssen. Oder einfach hier in so einem ganz normalen Rock-Track. Der Trick funktioniert nicht auf jede Stimme, aber er funktioniert sehr oft. Wenn du dich für Vocal-Mixing interessierst, dann schau dir auf jeden Fall dieses Video an. Da zeige ich dir, wie du einen Equalizer für deine Lead-Vocals in drei Schritten ganz einfach einstellen kannst. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über ein neues Abo oder über einen netten Kommentar. Und wir sehen uns schon bald wieder im nächsten Tutorial. Bis dann!